Hallo, mein Name ist Timo Schö. Ich bin 16 Jahre alt. Ich spiele rechts hinten. Meine bisherigen Vereine sind der FVH Sonderbuch, der TSV Neumann und der 1. FC Heidenheim. Meine persönlichen Ziele sind es, mir einen Stammplatz zu erkämpfen und mich natürlich weiterzuentwickeln. Und die Ziele mit der Mannschaft in der Saison sind für mich, weiter oben mitzuspielen.